. 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 Start frei für ein neues Abenteuer. Jippie. Ups. Teddy Naut Teddy? Hier, Raketenflieger Timmy. Wo sind die Honigbonbons? Vielleicht hat sie einer genommen? Wer denn? Ein Räuber? Hier sind doch keine Räuber. Aber da, auf dem Räuberplaneten. Sieht nicht räuberisch aus. Stimmt. Piep, 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 piep. Sieht. Boing. Boing. Alles voller Wald hier. Und im Wald? Da sind die Räuber. Ganz bestimmt. Huch. Stimmt. Los, hinterher. Wollen wir ihn fangen? Zzzzz. Nur mal sehen, was er macht. Ha, ha, ha. Jo, ha, ha, ha. Jo, ha, ha, ha. Jo, ha, ha. Jo, ha, ha, ha. Jo, ha, ha. Hm? 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 Ho, ha, ha. Ho, ha, ha, ha. Los, hinterher. Wollen wir ihn fangen? Nur mal sehen, was er macht. Hm? Wo haben wir ihn fangen? Jo, ha, 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 ha. 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 Jo, ha, ha, ha. Warte mal. Worauf? Pst. Hallo, ich bin Raketenflieger Timmy und ich bin Teddy Now Teddy. Ich bin Räuber Klaus Klausack. Ich bin Räuber Klausack Klaus. Und wozu braucht ihr den Sack? Brauchst du den Sack? Nee, du? Nee. Dann lassen wir den Sack hier und trinken einen Räuber-Saft. Ja, und essen Keksebrot dazu. Wir teilen das Keksebrot und den Räuber-Saft. Wollt ihr nicht wissen, was in dem Sack ist? Also ich schon. Na ja, vielleicht... Oh nein, ein Sack voller Mäuse. Den Sack wollten wir klauen? Den Sack brauchen wir nicht. Wir teilen uns lieber ein Keksebrot und den Räuber-Saft. Und wir müssen jetzt wieder... Schade. Boink. Boink. Und wo sind jetzt die Bonbons? In meinem Bauch. Psch. 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 Alle Super-Rotter-Pups und Kern-Bot? Alle Super-Rotter-Pups und Kern-Bot. Dann eine Extra-Portion Schlaf für alle. Yippie. Psch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020